Das Land Schleswig-Holstein und auch der Hamburger Senat lockern die Corona-Regeln. Welche Regelungen ab Mittwoch bzw. Samstag gelten, hört ihr im Schwerpunkt des Audios Neck. Was sonst noch wichtig ist, zahlreiche Fotografen, Naturliebhaber und Vogelkundler reisten am Wochenende nach St. Peter-Ording. Denn dort wartete ein seltener Gast, eine Sperbereule. Die Heimat der Sperbereule ist eigentlich der Norden Europas. In Schleswig-Holstein ist diese Eulenart äußerst selten anzutreffen. Das Tankerschiff Hafnia Torres hat am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr für eine Sperrung des Nordostseekanals an der Weicheschilp gesorgt. Um besser manövrieren zu können, seien an dieser Stelle Anker geschmissen worden, dabei verhackten sich allerdings die Ankerketten miteinander. Nach rund fünf Stunden konnte der NOK für den Schiffverkehr wieder freigegeben werden. Aufgrund der stundenlangen Sperrung mussten zahlreiche Schiffe auf der Wasserstraße warten, Personenschaden gab es nicht. Die Landesregierung will Schleswig-Holstein mit einer Wissenschaftsoffensive eine Vorreiterrolle bei künstlicher Intelligenz sichern. Dazu richtet sie auf einen Schlag zwölf Professuren für das Boom-Thema ein. Das haben Ministerpräsident Daniel Günther und Wissenschaftsministerin Karin Prien angekündigt. Zum Schwerpunkt, die Jamaika-Koalition hat am Dienstag die angekündigten Öffnungen für Einzelhandel, Gastronomie, Chöre und Veranstaltungen beschlossen. Im Einzelhandel fällt die 2G-Regel, nun dürfen also auch wieder Ungeimpfte einkaufen. Dies gilt ab Mittwoch und betreffe auch Dienstleistungen ohne Körperkontakt wie Reisebüros, Mobilfunkläden, Autovermieter oder Änderungsschneidereien, teilte Regierungssprecher Peter Höfer mit. Die Maskenpflicht bleibe dagegen bestehen. Für Proben und Veranstaltungen von Leinkören wird nach der am Dienstag beschlossenen neuen Corona-Bekämpfungsverordnung die 2G-Plus-Regel eingeführt. Dafür entfällt die Maskenpflicht während des Singens, sie bleibe aber für die Zuschauer bestehen. Für die Gastronomie fällt die Sperrstunde weg. Alle anderen Regelungen wie 2G-Plus und Maskenpflicht in Innenbereichen bleiben bestehen. Und auch für Veranstaltungen gelten gelockerte Teilnehmerzahlen. Die Details liest und hört ihr auf shz.de. Auch in Hamburg soll ab Samstag die 2G-Regelung im Einzelhandel durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt werden. Alle anderen Regelungen blieben in Hamburg zunächst bestehen. Über weitere Öffnungsschritte will der Senat im Zusammenhang mit der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar beraten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will sich dann dafür einsetzen, dass die Länder die Corona-Regeln wieder unabhängig voneinander lockern können. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus deiner Region, Stand Dienstag, 18.30 Uhr. Weitere News findest du auf shz.de slash audiosnack. Die nächste Folge hörst du am Mittwoch. Die nächste Folge hörst du am Mittwoch.